Guten Abend, liebe Zuhörerschaft, es freut mich wieder, viele von euch begrüßen zu dürfen, heute bei der 26. Episode von Wissenschaft fürs Wohnzimmer, mal wieder mit einer Premiere. Ich freue mich sehr, dass wir ihn verpflichten konnten, aus Graz, Dr. Thomas Brudermann, der gleich... Guten Abend, liebe Zuhörerschaft, es freut mich wieder, viele von euch begrüßen zu dürfen, heute bei der 26. So, nachdem ihr mich vielleicht wiederhört, was ich hoffe, ich jetzt abgestellt habe, machen wir weiter. Also, Thomas Brudermann aus der Uni Graz ist bei uns und natürlich bin auch ich nicht alleine, sondern unser Moderatoren-Team ist verstärkt mit Melissa und Rebecca, die sich auch mal kurz vorstellen werden. Zwei Worte noch zu mir. Ich bin im Abi am Wissens- und Technologietransfer tätig, habe euch schon mal mit auf Kultur genommen, ganz, ganz, ganz am Anfang, Episode 2, so roundabout und bin gespannt, was die anderen zu erzählen haben. Viel Spaß euch! Hi zusammen, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Melissa und ich bin in der Tiefseegruppe am Alfred-Wegener-Institut tätig. Da beschäftige ich mich mit kleinen Bodelebewesen, Bodelebewesen, die auf dem arktischen Tiefseeboden sich befinden. Und wenn ihr Lust habt, mal ein bisschen was über meine Forschung zu erfahren, dann schaut doch einfach mal in Episode 4 von Wissenschaft des Wohnzimmer vorbei. Da erzähle ich euch nämlich ein bisschen was dazu. Guten Abend zusammen. Ich heiße Rebecca und ich arbeite auch im Alfred-Wegener-Institut. Gut, ich bin mir als Physikerin. Ich nutze Messerung, zum Beispiel Temperatur oder Gewichtigkeit. Ich komme aus Schottland. Zum Studieren die Gletscher in Grönland und warum sie schmerzen. Und jetzt, wir haben Thomas. Einen schönen guten Abend aus Graz in Österreich. Ich glaube, Karl Krause hat einmal gesagt, was Österreich und Deutschland trennt, ist die gemeinsame Sprache. Ich werde trotzdem versuchen, mich einigermaßen verständlich auch für die deutschen Kolleginnen und Kollegen auszudrücken, falls ich hin und wieder trotzdem ins österreichische reinfalle. Bitte mir das nachzusehen. So, ich versuche jetzt, meinen Screen einmal zu sharen. Und hoffe, das hat jetzt funktioniert. Also ich möchte, also mein Name ist Thomas Brudermann. Ich bin Assistenzprofessor an der Uni Graz, am Institut für Systemwissenschaft, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung. In meiner Arbeit, das heißt in meiner Lehre und in der Forschung, beschäftige ich mich mit Entscheidungsverhalten von Bürgerinnen, Menschen, Konsumentinnen, Organisationen. Dazu verwende ich so einen Zugang aus der Umwelt- und Wirtschaftspsychologie. Ich mache aber auch Entscheidungsanalysen im Bereich Energiewende, also Entscheidungsanalysen zum Thema erneuerbare Energien. Heute möchte ich sprechen über das Thema Mensch und Klima und ein bisschen auf die Frage eingehen, warum es für uns so schwierig ist, uns klimafreundlich zu verhalten. Es hat schon zwei so psychologisch orientierte Vorträge gegeben in dieser Reihe. Ich versuche, an die ein bisschen anzuknüpfen und vielleicht um die eine oder andere Perspektive aus der Verhaltensökonomie und aus der Wirtschaftspsychologie zu ergänzen. So, dann müsste ich da jetzt weiterklicken können. Ja, die Themen, über die ich sprechen möchte, sind einerseits einmal das Wissen zum Thema Klimawandel, Wissen der Allgemeinbevölkerung in diesem Fall. Wir sehen, dass es da sehr oft Selbstüberschätzung gibt, dass es auch Falschinformationen gibt, die kursieren in sozialen Medien, auch in den Stammtischen, im Wirtshaus, in den Beisels und so weiter. Ich möchte auch sprechen über Biases und Wahrnehmungsverzerrungen. Also wenn wir Klimaprobleme wahrnehmen, kommt es oft zu solchen Verzerrungen. Und die möchte ich kurz andiskutieren. Und dann würde ich auch gern sprechen über Faktoren für klimafreundliches Verhalten und klimafreundliches Handeln, beziehungsweise auch über Faktoren für klimafreundliche Einstellungen. Und ich hoffe, daraus ergibt sich der eine oder andere Diskussionspunkt oder Anknüpfungspunkt für die Diskussion am Ende meines Vortrags. Die Folien habe ich online gestellt als PDF. Kann man hier unter dem Link abrufen, wenn man Interesse hat. Ich glaube, der Link wird im Chat gepostet. Sonst bitte einfach versuchen, den abzufotografieren. Gut. Ich glaube, die erste Folie, die ich zeige, kennt man sehr gut, wenn man ein bisschen das Thema Klimawandel verfolgt. Das zeigt die Konzentration von Treibhausgasen, in dem Fall von CO2, in der Atmosphäre. Für die, die jetzt nicht so fit sind, in der Klimawandel-Diskussion kurz zusammengefasst. Also CO2 und andere Treibhausgase entstehen beim Verbrennen fossiler Brennstoffe. Zum Beispiel beim Erzeugen von Energie, bei industriellen Prozessen, bei Transport, beim Autofahren und so weiter. Und dieser Anstieg in der Atmosphäre führt zu einer Reihe von Problemen, unter anderem Klimawandel, aber auch zur Übersäuerung von Weltmeeren zum Beispiel. Und das hat Konsequenzen für Ökosysteme und in weiterer Folge auch Konsequenzen für uns Menschen. Wir haben momentan Konzentrationslevels beim CO2, die wir seit drei Millionen Jahren nicht gesehen haben. Und man sieht so sehr schön in der Grafik, also die Hockeystick-Grafik, dass wir da in den letzten 200 Jahren da einen enormen Anstieg gesehen haben. Das ist aber eh für euch alle wahrscheinlich, oder für die meisten Zuseherinnen und Zuseher eh ein alter Hut. Deswegen gehe ich einmal gleich weiter zu der etwas psychologischeren Perspektive. Diese Folie habe ich mir ausgeborgt oder kopiert von Marshall Shepard. Also der hat einen TED-Talk gehalten und ich habe den auf YouTube gesehen und mir hat diese Folie sehr gut gefallen. Deswegen habe ich sie hier gleich reinkopiert. Der Link zum TED-Talk ist auch hier zu sehen. Das sind diese berühmten 97 Prozent von Klimawissenschaftlern und Wissenschaftlern, die alarmiert oder besorgt sind zum Zustand des Klimawandels. Demgegenüber steht allerdings eine allgemeine Bevölkerung, die das Ganze nicht ganz so schlimm sieht. Also die Journal-Republic, diese Zahlen hier sind amerikanische Zahlen. Also da sind 12 Prozent alarmiert. Aber man sieht, das ist relativ ausgeglichen bis hin zu Leuten, die überhaupt ablehnen oder glauben, dass es so etwas wie Klimawandel nicht gibt. Das sind jetzt die amerikanischen Zahlen. Ich habe das auch für Österreich ausgegraben, für Deutschland hätte er nicht gefunden. Aber ich nehme an, es wird dort anders sein. Nein, es wird das nicht anders sein, sondern sehr ähnlich. Wenn man Leute fragt, wie besorgt sind sie über den Klimawandel, dann sieht man hier, dass 2019 14 Prozent der Befragten äußerst besorgt waren. Dass die größte Gruppe diejenige ist, die etwas besorgt ist. Wobei sich das ein bisschen geschiftet hat, seit 2016 Richtung höhere Besorgen ist. Aber es gibt trotzdem noch einen sehr substanziellen Anteil in der Bevölkerung, der da überhaupt nicht besorgt ist. Sorge über Klimawandel, wenn man Leute direkt fragt, wird das auch oft genannt als Sorge. Allerdings gibt es eine Reihe von Sorgen, die die meisten Leute einfach mehr betreffen. Also das sind dann Dinge, die einen unmittelbar im Lebensalltag betreffen. Sorgen um Arbeitsplatz, um Familie und so weiter. Das steht natürlich viel weiter oben als Klimawandel. Und Klimawandel ist nicht die Top-Sorge im alltäglichen Leben des Durchschnittsbürgers oder der Durchschnittsbürgerin. Zurück zu kommen auf die Klimawissenschaftler, also die würden uns sagen, ja, die Situation ist ernst. Aber, und das ist ganz wichtig, die Situation ist nicht hoffnungslos. Wenn man jetzt allerdings sich menschliches Verhalten anschaut, in puncto Konsum zum Beispiel, hier beim Black Friday in den USA wieder, ist man etwas verleitet zu sagen, die Situation ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Also da legen wir oft im Kollektiv Verhaltensweisen an den Tag, die die Klimarealität vielleicht ein bisschen aus den Augen verlieren. Und was uns dann vielleicht nur bleibt, ist ein Big Story für künftige Generationen. Die gegenwärtigen Systeme in den Bereichen Industrie, Transport, Mobilität, Landwirtschaft, Energieerzeugung und so weiter, sind nicht nachhaltig, wenn man jetzt diese berühmte Brundtland-Definition hernimmt. Also die eigenen Bedürfnisse abdecken, ohne allerdings die Fähigkeit, zukünftiger Nationen einzuschränken, deren Bedürfnisse dann abzudenken. Und uns bleibt dann vielleicht nur dieses, ja, sorry, vergebt uns, denn wir wussten vielleicht nicht, was wir tun. Aber das stimmt ja auch nicht so. Vielleicht wissen wir doch, was wir tun. Und das bringt mich jetzt zum Thema Wissen und Wissen zum Thema Klimawandel. Wir haben ja diese Idee, also aus der Philosophie, das Wissen, der Schlüssel unserer Existenz ist, also cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich, hat René Descartes gesagt. René Descartes, sorry, jetzt musste ich kurz ins Französische wechseln. Wir wissen aber, dass Wissen vielleicht oft gar nicht so wichtig ist. Also ich habe mir jetzt da einen Beispielcharakter hergenommen, der gar nichts weiß und trotzdem eine relativ bemerkenswerte Karriere hatte. Die Frage ist jetzt, wie schaut es beim Wissen zum Thema Klimawandel aus? Aus Studien wissen wir, dass das Allgemeinwissen und auch die Science Literacy, also wie gut man jetzt wissenschaftliche Zusammenhänge versteht, nicht so viel darüber aussagt, wie man Klimarisiken wahrnimmt. Wir wissen auch, dass das Klimawandelwissen in der Allgemeinbevölkerung relativ begrenzt und fehlerhaft ist. Und wir haben in Österreich eine schöne Studie gemacht, wo wir ein kleines Wissensquiz mit 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemacht haben, die zehn Fragen mit Wahr oder Falsch beantworten mussten und im Durchschnitt wurden hier nur fünfeinhalb korrekt beantwortet. Und das ist nicht besonders viel. Das ist wie, wenn man eine Münze werfen würde. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das ausgeschaut hat. Das ist dieser Wissenstest. Die Schrift auf dieser Folie ist vielleicht etwas klein. Also wenn ihr auf mobilen Geräten zuseht, kein Problem. Ich fasse es kurz zusammen. Wir haben da einfach Statements zu bewerten gegeben, zum Beispiel das Ozonloch ist die Hauptursache für den Treibhauseffekt oder Wasserdampf ist ein Treibhausgas oder ein Dieselfahrzeug versucht mehr CO2-Emissionen pro Personenkilometer als ein vergleichbares Benzinfahrzeug. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten bewerten, ob diese Statements wahr oder falsch sind. Und da wurden eben im Schnitt nur die Hälfte korrekt bewertet. Wir haben auch die Leute gefragt, wie sicher sie sich ihrer Antwort sind. Also wir haben auch die Confidenz, das Confidenz-Level in die eigenen Antworten abgefragt. Da hat sich auch etwas Interessantes gezeigt. Dazu komme ich dann gleich auf einer der nächsten Folien. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass der Kenntnisstand zu Themen wie die Rolle von Wasserdampf oder Dieselautos versus Benzintautos oder auch die Rolle vom Ozonloch und die Existenz eines natürlichen Treibhauseffekts nicht wirklich sehr gut verankert sind im Allgemeinwissen oder im Wissen der Allgemeinbevölkerung. Zum Beispiel wissen nur oder glauben nur 16 Prozent der Befragten, dass Wasserdampf auch ein Treibhausgas ist, sind sich dabei aber im Schnitt zu 80 Prozent sicher. Also da ist eine ziemliche Diskrepanz zwischen der Einschätzung, über das, was man weiß, und was man tatsächlich weiß, zu sehen. Ähnlich auch beim Ozonloch. 60 Prozent der Befragten glauben, dass das Ozonloch ein Hauptgrund für die Klimaerwärmung ist und sind sich dabei auch noch ziemlich sicher. Und das gibt dann schon zu denken. Also da gibt es anscheinend das eine oder andere Missverständnis und die eine oder andere Herausforderung für die Klimawandelkommunikation. Was wir eben auch sehen, ist diese Oberkonfidanz, also diese etwas inakkurate Einschätzung des eigenen Wissensstands. Diese Katze hier auf dieser Folie glaubt zu wissen, dass sie es mit einem Vogel zu tun hat. Vogel ist ein Beutetier. Ja, also ich weiß nicht, wie diese Begegnung ausgegangen ist. Das wurde ja da nicht fotografisch dokumentiert, aber zeigt auch schön, dass nicht nur wir Menschen da diesem Oberkonfidanz-Bias unterliegen und uns manchmal selbst überschätzen. Wir haben die Leute gefragt, ja, also wie sie die Statements bewerten, auch wie sicher sich ihre Antworten sind. Ich überspringe diese Folie. Und es hat sich dabei gezeigt, dass das Vertrauen in das eigene Wissen dann am höchsten ist, wenn das Wissen eigentlich am niedrigsten ist. Also bei leichten Fragen, das haben wir hier, waren 76% der Antworten im Schnitt richtig und die Leute waren im Schnitt auch zu 76% sicher, dass sie richtig liegen. Also da kann man sagen, das Wissen war da einigermaßen gut kalibriert. Bei mittelschweren Fragen zeigt sich schon ein bisschen ein anderes Bild. Das ist hier. Da waren 58% der Antworten richtig und die Leute waren sich zu 73% sicher im Schnitt. Und bei den schwierigen Fragen haben wir eine ganz besondere Diskrepanz. Nur 30% richtige Antworten, aber die Leute sind sich im Schnitt zu 80% sicher. Also man hat da einen Missbelief, man hat da ein falsches Verständnis, ist sich aber relativ sicher, dass das eigentlich korrektes Verständnis ist. Und das kann schon ein Problem sein. Vielleicht nicht bei Detailfragen wie, ob Wasserdampf jetzt da ein Treibhausgas ist oder nicht. Aber bei anderen Bereichen kann das durchaus dann problematisch werden. Darauf komme ich noch zurück. Was noch dazu kommt, dazu noch kurz, ist, dass wir auch diese systematische Untergrabung von Wissen und Wahrnehmung sehen von Klimawandel-Leugner-Organisationen. Also da gibt es eine relativ gut vernetzte internationale Klimawandel-Leugner-Szene. Da sind dabei Organisationen wie das Heartland Institute, die Global Warming Policy Foundation, Dexler's Public Policy Group und so weiter. Sehr viele Organisationen, die ihren Sitz in Nordamerika haben. Aber mittlerweile sehen wir solche Organisationen auch schon in Europa, auch in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel dieses ICARE, das Europäische Institut für Klima und Energie, das im Wesentlichen Klimawandel-Leugnungspropaganda betreibt. Wird meistens finanziert von Gruppen des Rechten und konservativen politischen Spektrums beziehungsweise ist es sehr stark vernetzt mit diesen. Da gibt es auch mehrere Strategien, die diese Organisationen fahren. Und das führt natürlich zu mehr Konfusion in der Allgemeinbevölkerung, wenn man eben von verschiedenen Seiten verschiedene Dinge hört und vielleicht nicht einordnen kann, was ist jetzt wissenschaftlich fundiert und was nicht. Ich habe da nur ein paar Beispiele gesammelt. Hier, The Truth About Global Warming, das ist ein YouTube-Video mit 2,8 Millionen Aufrufen. Also da ist ein gewisses Publikum auch, das da erreicht wird. Deutschsprachige Klima-Leugnungs-Videos sind da nicht so häufig. Also ich habe ein paar gefunden, aber da reden wir jetzt von maximal 150, vielleicht 200.000 Zugriffen, was aber auch beachtlich ist. Also da ist ja durchaus ein Publikum da, das diese Falschinformationen konsumiert. Ja, und Methoden, da möchte ich mich gar nicht lang aufhalten, denn das geht von Diskreditierung, von Fridays for Future bis hin zu Slogans, die Angst machen, ja nicht, das Klima ist bedroht, aber unsere Freiheit. Oder hier diese Well-Good-Plakate von Climate Realism in Kanada, wo man auch versucht, ein bisschen abzulenken vom Klimathema und zu den sogenannten wichtigen und richtigen Umweltproblemen hinzeigen will. Es wundert dann auch nicht, dass da beträchtliche Summen von Geld reinfließen. In Europa ist diese Szene noch nicht ganz so stark. Also da haben wir nicht so massive Probleme mit Klima-Leugnungsgruppen, aber durchaus gibt es einen nicht unwesentlichen Teil in der Bevölkerung von Österreich, Deutschland, Schweiz. Die Idee des Klimawandels stattfindet, überhaupt komplett ablehnen. Andererseits sehen wir momentan auch noch sehr gute Akzeptanz für Klimapolitik. Also 79 Prozent der EU-Bürgerinnen sehen den Klimawandel als erstes Problem. Und 70 Prozent stimmen zu, dass Adaptionsmaßnahmen positive Effekte auf Bürgerinnen haben können. Allerdings muss man bei solchen Fragen auch immer mitbedenken, dass die Fragetechnik oft ein bisschen problematisch ist. Also wenn man Leute so direkt fragt, dann spielt natürlich auch soziale Erwünschtheit und da spielen andere Faktoren mit, die dann solche Ergebnisse produzieren. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, spielt Klimawandelwissen eine Rolle für klimafreundliches Verhalten. Und da sehen wir, und das wurde auch schon gesagt in einem früheren Vortrag, dass Wissen über den Klimawandel nicht unbedingt zu klimafreundlicherem Verhalten führt. Aber, und das ist ja eine wichtige Ergänzung, Bewusstsein und Wissen sind wichtige Determinanten für die Akzeptanz von Klimawandelmaßnahmen. Wenn man ein besseres Verständnis von den physikalischen Prozessen hat und auch von den Konsequenzen von Klimawandel, dann tendiert man auch dazu, Maßnahmen, die dem entgegenwirken, besser zu akzeptieren. Und ich glaube, im öffentlichen Diskurs ist das ein wichtiger Faktor. Es ist grundsätzlich problematisch, wenn man, ich muss mal kurz was verschieben, wenn man die Verantwortung immer voll und ganz auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzen will. Es braucht schon auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit klimafreundliches Verhalten möglich ist. Also autofreundliche Städte schrecken Fahrradfahrer natürlich ab. Oder wenn die Bahnfahrt zwischen Wien und Hamburg um ein Vielfaches teurer ist als ein Flugticket, dann ist klimafreundliches Verhalten auch manchmal etwas schwierig und ist auch viel verlangt. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, weg vom Klimawandelwissen hin zur Wahrnehmung von Klimawandel, da sieht man, dass ein sehr großer Anteil in der Bevölkerung, der Globalbevölkerung, auch glaubt oder zumindest wahrnimmt, dass Klimawandel passiert. Man sieht hier die grünen Balken, also 87 Prozent sagen in dieser weltweiten Befragung von Ipsos, dass sie glauben, dass sich das Klima ändert. Und nur ein sehr kleiner Teil, also hier diese roten Balken, sagen es anders. Selbst in den USA mit großen Klimawandel-Leugner-Szenen sehen wir 75 Prozent zustimmend zu diesem Statement. Ein bisschen differenzierter schaut es aus, wenn wir nach den Ursachen fragen. Auch eine Erhebung von Ipsos, die gleiche Erhebung. Hier sehen wir auf der linken Seite den Anteil, der sagt, dass Klimawandel ausschließlich ein natürlicher Prozess ist. Und hier mit dem gelben Balken beginnt dann der Human Influence, also der menschliche Einfluss. 34 Prozent sagen, dass Klimawandel hauptsächlich durch menschlichen Einfluss geändert wird. Und 22 Prozent sagen sogar, es ist ausschließlich menschlicher Einfluss. Man kann also zusammenfassen, dass das Klimawandelbewusstsein global gesehen relativ hoch ist und dass auch der menschliche Einfluss auf Klimawandel von weiten Teilen der Bevölkerung anerkannt wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum führt Klimawandelbewusstsein nicht auch zu klimafreundlichen Haltungen? Da möchte ich jetzt einfach verweisen auf einen Vortrag, der uns im August geben hat, von der Katharina van Bonswig. Warum wir nicht tun, was wir wissen? Im Chat wird wahrscheinlich gesagt werden, welche Folge das genau war, wird vielleicht auch verlinkt. Das heißt, diesen Teil überspringe ich und bringe noch ein paar Ergänzungen dazu. Da gibt es zum Beispiel diesen Faktor, diesen verhaltensökonomischen Faktor, das Temporal Discounting, des Abzinsens über die Zeit. Wir neigen dazu, dass wir nicht so angenehme Entscheidungen, angenehme Verhaltensweisen eher in die Zukunft verschieben. Also ganz salopp gesagt, heuer möchte ich noch einmal in den Urlaub fliegen, ich möchte das argentinische Steak essen und den australischen Rotwein dazu trinken, aber später dann werde ich schon meine Flugtreisen irgendwann reduzieren und mich sowieso gesünder ernähren und so weiter. Und dieser Fokus auf die Gegenwart und das Abzinsen der Zukunft ist ja evolutionär gesehen eine recht erfolgreiche Strategie gewesen. Also dass wir uns auf das Hier und Jetzt evolutionsgeschichtlich konzentriert haben, war ja auch lange Zeit ein Vorteil. Allerdings werden zukünftige Klimarisiken jetzt eben auch als weniger wichtig wahrgenommen als die momentanen, die aktuellen Vorteile von carbonintensiven Lifestyles. Dann gibt es noch diesen Gap, also diese Lücke zwischen Sorge und Handeln, zwischen Concern und Action im Englischen. Ich tue mir manchmal schwer, da die richtigen deutschen Wörter dafür zu finden, weil die Fachliteratur dazu natürlich auch größtenteils auf Englisch ist. Es ist tatsächlich so, dass wenn man an die Existenz des Klimawandels glaubt, beziehungsweise Klimawandel als gegeben akzeptiert, dass das sehr solide Auswirkungen auf die Handlungsintentionen, auf die Absichten hat, aber leider nur kleine bis moderate Auswirkungen auf den tatsächlichen CO2-Fußabdruck. Da gibt es eben andere Faktoren, oft soziodemografische Faktoren, sozioökonomische Faktoren, die wichtiger sind. Wenn das Einkommen wächst, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, dann tendiert man auch dazu, einen CO2-intensiveren Lebenswandel zu führen, weil man es sich leisten kann. Man kann sich die Flugreise leisten, man kann sich das Haus mit Pool leisten und so weiter. Ja, und Sorge über Klimawandel hat da nicht so viel Erklärungspotenzial für nicht so klimafreundliches Verhalten. Ja, und wir haben auch in der österreichischen Studie gesehen, die wir durchgeführt haben, dass Klimawandel besorgen ist, nicht wirklich einen Effekt auf Verhalten hat. Da gibt es noch ein paar andere psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich tue eh schon etwas. Das Faktor zum Beispiel. Also man kann ja sich leichter rechtfertigen, warum man in einem Bereich vielleicht nicht so klimafreundlich ist, weil man eh schon woanders etwas macht. Ich fahre ja schon mit dem Zug. Ich schalte das Licht aus, wenn ich aus dem Raum rausgehe. Und dann wird es doch noch okay sein, wenn ich mir die Freiheit nehme, ein- bis zweimal im Jahr in den Urlaub zu fliegen. Das nennt man dann in der Fachliteratur Moral Licensing, dass ich es rausbringe. Also man versucht, da verschiedene Verhaltensweisen gegeneinander aufzuwiegen. Es sind übrigens auch Wissenschaftler nicht davor gefeit. Also es gibt auch Klimaforscher, die sehr viel fliegen, die zu Klimakonferenzen fliegen, zu Wissenschaftlinkonferenzen. Und das sich selbst gegenüber rechtfertigen mit dem Argument, ja, aber wir arbeiten ja an der Verbesserung des Problems an Klimaschutzmaßnahmen und so weiter. Und da muss man halt fliegen. Mag ja auch ein rechtfertiges Argument sein, aber es hilft auch dabei, das eigene nicht so klimafreundliche Verhalten zu rechtfertigen. Wir haben auch oft einen, hoppla, das war ich schon zu weit, Single-Action-Bias, dass eben, ja, das Verhalten in einem Bereich, das klimafreundliche Verhalten in einem Bereich ist Entschuldigung für nicht so freundliches Verhalten in anderen Bereichen. Das Problem hierbei ist, dass wir eben oft bei Verhaltensweisen, die uns leicht fallen, eher klimafreundlich handeln, dass diese Verhaltensweisen aber auch nicht so einen großen Impact haben. Das ist ja eine Grafik von Dickmann und Preisendörfer, schon relativ alt, also die zeigten Zusammenhang zwischen klimawandelfreundlichen Verhalten, sorry, freundlichen Einstellungen, Verhalten beziehungsweise den Kosten, die mit dem Verhalten verbunden sind, also die Verhaltenskosten sozusagen, und der Amount of Action taken, also was man dann auch wirklich machen kann. Und Dinge wie jetzt öffentlichen Verkehr zu nehmen, statt Individualverkehr, ist oft eine schwierigere Verhaltensänderung, als einfach jetzt Müll zu recyceln oder Müll zu trennen. Weiteres schönes Argument, Kompensationen. Ja, ich verursache Emissionen, aber dann kompensiere ich sie auch. Da gibt es ja auch eigene Plattformen, die das anbieten, Atmosphäre zum Beispiel, also man verursacht Emissionen beim Flug, kann aber dann mit einem finanziellen Beitrag diese Emissionen kompensieren und dieser Beitrag wird dann halt in Klimaschutzprojekte investiert. Das Problem, das ich hier sehe, also ich habe da eine zweigespaltende Meinung dazu. Natürlich ist es gut zu kompensieren, aber andererseits muss man schauen, was macht das jetzt psychologisch mit uns. Was hier passiert ist, dass wir die moralische Verantwortung ein bisschen, ja, uns freikaufen von der moralischen Verantwortung mit einem finanziellen Beitrag. Und das ist ein Problem. Also man bezahlt für sein schlechtes Gewissen und durch das Bezahlen hat man ein nicht mehr ganz so schlechtes Gewissen. Für Flughinnen ist das auch ein ganz so nettes Geschäft. Man erschließt nämlich damit auch Konsumentinnengruppen, die vielleicht sonst nicht so gerne fliegen würden. Aber wenn die einfach dann mehr zahlen, sind die natürlich auch vielleicht leichter erreichbar. Und dann gibt es natürlich, ja, sehr verschiedene Luder im Marketing. Auf das will ich jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit gar nicht so genau eingehen. Vielleicht kommen wir in die Diskussion noch kurz darauf zurück. An was mich diese Kompensationszahlungen manchen mal erinnern, ist dieser Ablasshandel, den es im Mittelalter gegeben hat, wo monetäre Kosten die moralische Verantwortung ersetzen. Man könnte hier als Fazit sagen, dass es auf jeden Fall nicht an Entschuldigungen mangelt, sich nicht immer klimafreundlich zu verhalten. Und das war jetzt aber eh nur eine sehr kurze Liste und eine sehr unvollständige Liste an Beispielen. Abschließend noch, vielleicht vorletztes Thema. Was beeinflusst jetzt eigentlich klimafreundliche Einstellungen und Handlungen? Welche Faktoren spielen da eine Rolle? Bei Einstellungen, und das basiert jetzt auf einer Meta-Analyse von Holensee und anderen Forschern aus 2016, ist es so, dass die politische Einstellung, Parteizugehörigkeit und so weiter, der stärkste demografische Faktor sind für die Akzeptanz von Klimawandel oder Sorge über Klimabehandlung. Ökologische Werte haben da auch einen großen Einfluss. Alter hat nur einen kleinen Einfluss. Und zwar ist es tendenziell so, dass man mit Alter die klimafreundlichen Einstellungen abnehmen. Ist aber nur ein schwacher Effekt. Und die Meta-Analyse hat vor allem Studien aus dem westlichen Kulturkreis sich angeschaut. In unserer österreichischen Studie haben wir uns auch noch angeschaut, wie es bei Verhalten ausschaut. Was beeinflusst jetzt klimafreundliches Verhalten? Wir haben da einen Faktor gesehen, der sehr stark ist, und das ist ein intrinsischer Faktor, nämlich die Opferbereitschaft. Also die Bereitschaft, Opfer zu bringen für das Klima. Das klingt ja zu wild, aber das geht wirklich darum, dass man eben bewusst auf gewisse Dinge verzichtet, auf Fleischkonsum, auf Flugreisen und so weiter. Und wenn diese Opferbereitschaft gegeben ist, dann sehen wir auch einen deutlichen Einfluss auf klimafreundliches Verhalten. Umgekehrt, negativen Einfluss sehen wir, wenn Leute das Gefühl haben, nichts ändern zu können. Das wirkt sich dann nicht so gut auf klimafreundliches Verhalten aus. Und das Alter interessanterweise hat hier den gegenteiligen Effekt beim Verhalten, dass man eigentlich im Zunenalter etwas klimafreundlicher handelt in den selbstberichteten Verhaltensweisen. So, letzte Folie. Damit möchte ich dann schließen. Ich möchte noch einmal zwei Ikonen der Klimabegegnung, Bewegung, in Erinnerung rufen. Da haben wir natürlich an Österreich, an Arnold Schwarzenegger und die Greta Thunberg. Greta betont ja immer die moralische Verantwortung. Und Arnie, auf der anderen Seite, spricht sehr gerne von den New Technologies und den neuen technologischen Lösungen, die es braucht. Ich möchte dazu sagen, dass es ganz ohne Verhaltensänderungen aber auch nicht gehen wird. Also, wenn man die Transition zu einer nachhaltigen klimafreundlichen Gesellschaft schaffen will, dann muss man natürlich die Menschen auch mitnehmen und auch ihre Verhaltensweisen verstehen. Wenn Greta sagt, I want you to act as if your house was on fire, ist das vielleicht nicht der beste Zugang. Wenn das Haus brennt, nehmen wir unsere Wertsachen und hoffentlich nur unsere Lieben mit und rennen. Das ist nicht der Zugang, den wir beim Klimaproblem brauchen. Angst und Pessimismus sind da auch keine guten Ratgeber. Angst ist eine Emotion, die den Blick verengt und die eventuell sogar lehnt. Um aber jetzt innovativ zu sein, um Veränderungen zu bewirken, brauchen wir vielleicht nicht einen blinden Optimismus, aber wir brauchen zumindest einen Zweckoptimismus, der unsere Perspektive erweitert und uns hoffentlich hilft, es doch noch irgendwo in Richtung einer klimafreundlichen Gesellschaft zu schaffen. Herzlichen Dank. Das ist es von meiner Seite. Auf der nächsten Folie gibt es dann noch Referenzen. Wer Interesse hat an den Quellen, die ich verwendet habe, bitte einfach im PDF dann nachschauen. Ich bedanke mich einmal für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an die Moderatation. Ich glaube, Björn ist dann dran. Vielen lieben Dank, Thomas. Ja, wirklich spannender Vortrag. Ich bin immer begeistert, wenn wir was auch außerhalb der Klimawissenschaften hören, weil es auch sehr wichtig ist, auch für das eigene Verständnis. Man findet sich manchmal auch, glaube ich, auch so ein kleines bisschen drin wieder. Du sagst, dass Forscher sind da vorhin nicht gefeit. Das habe ich auch bei mir selber immer mal wieder erlebt. Es ist einfach so. Und ich glaube, auch jeder Einzelne von uns, der heute zuhört oder das über die Zeit noch sieht, wird sich da auch selber wiederfinden. Noch eben ganz kurz zu deinem Vortrag. Du hattest ja am Anfang den Link gezeigt in der Folie, wo man dann deinen Vortrag sich nochmal anschauen kann. Also die Slides runterladen, die Folien. Den haben wir gepostet im Chat. Ansonsten möchte ich noch eben ganz kurz auf die 27. Episode in der kommenden Woche hinweisen. Da wird Tito Semmler etwas zur Klimamodellierung und zum IPCC, also dem Intergovernmental Panel for Climate Change, etwas erzählen. Das wird auch sicherlich spannend, dann eher wissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher geprägt und würde jetzt dann das Feld eröffnen für die Fragen. Und ich habe auf jeden Fall welche. Ich weiß auch, dass meine Kolleginnen sicherlich welche haben. Aber Minister, haben wir im Chat schon was gehört? Ja, genau. Da ist auch schon eine Frage reingekommen an dich, Thomas. Und zwar, da ging es nochmal um die Kompensation. Und zwar war die Frage, ist denn sowas nicht trotzdem ein Anfang oder eher ein Schritt zu mehr Fliegen und daher kontraproduktiv so im Sinne von Greenwashing? Es kann beides sein. Ja, es hängt vielleicht auch davon ab, wie man es konkret implementiert. So wie die Kompensationszahlungen momentan aufgebaut sind, ist es ja nicht so, dass es besonders schmerzhaft ist. Es ist ja durchaus ein Betrag, den man sich sehr leicht mehrmals im Jahr leisten kann. Und da kann man eben meiner Meinung nach für einen relativ kleinen Betrag sein Gewissen freikaufen und es ist eine Win-Win-Situation. Also Flugpassagier, die Flugpassagierin fühlt sich happy, die Fluglinie fühlt sich auch happy und Atmosphäre fühlt sich auch happy. Können auch noch Projekte sponsern. Ist ja alles super, aber ich glaube nicht, dass das, so wie es momentan umgesetzt wird, wirklich auch eine Lösung sein kann, weil es eben zu mehr Flugverkehr führt. Ich habe jetzt aber keine konkreten Zahlen dazu, müssen wir wahrscheinlich empirisch erheben. Das ist jetzt nur meine Position heraus, aus meinem Verständnis davon, wie moralische Kosten und Anführungszeichen durch finanzielle Kosten ersetzt werden können. Super, ja, danke. Ich denke, das beantwortet die Frage schon ganz gut. Noch eine Frage von der Chat. Es ist, aber ist Angst evolutionär nicht auch ein Schutz gewesen, der uns um Handeln geführt hat, war nicht ein bisschen mehr hilfreich. Gerade ist es um Handeln ja noch viel sehr ruhig um das Ding. Ja, Angst evolutionär sehr wichtig. Wir sind in Gefahr, wir haben Angst, wir verengen den Blick genau auf die Bedrohung und handeln dann schnell. Wenn ich jetzt vor einem Tiger stehe, vor einem Bären mitten im Wald, dann ist das sehr nützlich. ist aber auch eine sehr unter Anführungszeichen einfache Situation. Das raubt ihr, da bin ich. Wenn wir jetzt vom Klimawandel sprechen und von Lösungen, wie wir dieses verzwickte System, Klima, Mensch, Umwelt, Industrie, Wirtschaft, wenn wir das in Richtung Nachhaltigkeit führen wollen und Klimafreundlichkeit, dann ist, glaube ich, Angst kein guter Faktor, weil Angst uns eben nur die einfachen Handlungsoptionen zeigt und wir für dieses enorm komplexe Problem, aber eben auch mit entsprechend komplexen Antworten antworten müssen. Ja, ja, natürlich, aber der Verschieden inzwischen, die zwei ist, ist sehr interessant. Ja, ich sehe noch eine Frage, Zebra-Twist, hat auch noch mal, das ist mir auch aufgefallen, du hattest ja ganz schön gezeigt, wie das Verständnis in der Welt so allgemein davon ist, Klimawandel, ja, nein, das ist ein Problem und das ist da, zum Beispiel in Ländern von Südamerika, irgendwie lag dieser prozentuale Anteil bei, ich glaube, über 90 Prozent von Leuten, die das als, ich glaube, das Problem sehen, war die Frage. Wohingegen wir bei uns in Deutschland auch, glaube ich, nur ein Prozent besser sind als die USA, irgendwie so um die 75 Prozent da liegen. hast du da eine Erklärung für und vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, kannst du noch, du sagtest, es kämen, wären Daten von Ipsos eben kurz sagen, wer oder was Ipsos ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, also Teil 1 der Frage, warum hat man in einigen Ländern ein größeres Problembewusstsein? Also das hat schon auch damit zu tun, wie man die Konsequenzen spürt. Also wenn man Klimawandelkonsequenzen spürt, ist es sehr mal wahrscheinlicher, das auch wahrzunehmen und auch bei Fragen nach Klimawandel entsprechend zu antworten. Es hängt aber auch sehr stark vom öffentlichen Diskurs im jeweiligen Land ab und der ist jetzt zum Beispiel in den USA sehr viel stärker polarisiert anhand der Gräben zwischen den Parteien, Konservative versus Liberale, Demokraten versus Republikaner. Warum das in Deutschland auch so stark ist, habe ich jetzt nicht unmittelbar eine Erklärung dafür, außer dass wir jetzt die unmittelbaren Folgen von Klimawandel vielleicht noch nicht ganz so stark spüren und gleichzeitig auch diese Links-Rechts-Polarisierung mehr spüren. Aber da spekuliere ich jetzt eher. Eine mögliche Erklärung ist sicher nicht die einzige. zu Ipsos, ja, diese Daten, das ist eine, ihr müsst jetzt nachschauen, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ist auf jeden Fall eine internationale Befragung gewesen und ich glaube, ist ein Marktforschungsinstitut mit Sitz in, aber da müsste ich nachschauen, nachgucken. Das können wir einfach mal ganz einfach machen für die, die sich das dann nachher nochmal anschauen. Wir werden dann in den Kommentaren einfach nochmal eben kurz sagen, wer oder was Ipsos ist. Da wird Thomas das nochmal eben dann nachtragen, dass die Leute sich das vielleicht fragen, okay, ist das jetzt ein Tabakwarenhersteller oder irgendwas anderes? Wo ja dann Klimawandel-Bölkner vielleicht was komische Organisation. Nein, aber das wird Thomas nochmal kurz nachtragen. Ja, man muss bei solchen Befragungen nicht immer vorsichtig sein. Die Zahlen sind Anhaltspunkte. Ich würde jetzt nicht auf Punkt und Komma immer ganz genau so nehmen, wie sie sind, aber sie liefern zumindest so ungefähre Anhaltspunkte. Und man hat eben dann auch eine gewisse Vergleichbarkeit in den mehreren Ländern mit den gleichen Fragen gemacht wird. Zu dem Thema Klimaleugner habe ich vielleicht auch selbst noch eine Frage. Also wie würde man, also hat es gezeigt, dass es einfach extrem viele von diesen Klimaleugner- Videos auch gibt und so. Und ich meine, jetzt sind wir ja irgendwie alle so ein bisschen auf YouTube aktiv und dann erscheinen da so Video-Vorschläge und dann klickt man halt mal da drauf. Wie würde man denn jetzt als Otto-Normalverbraucher merken, dass man gerade auf so einem Klimaleugner-Video ist? Beziehungsweise kannst du das irgendwie ausmachen, woran man erkennt, dass das jetzt vielleicht total verdrehte Argumente sind? Oder weil vielleicht ist es ja so, ich schaue mir die ersten zehn Minuten an und denke so, wow, ja, das ist total stimmig und schlüssig und merke das erst gar nicht so richtig, weil ich halt einfach kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin bin. Ja, das ist, es würde ich fast ein bisschen weiter jetzt aushauen. Also wir haben ja sowas wie einen Confirmation Bias. Wenn wir Informationen wahrnehmen, nehmen wir die ja nicht komplett ungefiltert und objektiv wahr, sondern wie wir die Informationen wahrnehmen und interpretieren, hängt sehr stark von unserem bereits existierenden Weltbild ab. Das heißt, wenn ich eh schon skeptisch bin, dass Klimawandel passiert und dann habe ich noch ein Video, das mir das bestätigt, ja, super. Wenn ich aber jetzt gleichzeitig vielleicht diesen Channel sehe, als Klimawandelskeptikerin, dann denke ich, das ist ja alles ein Blödsinn. Das stimmt ja alles nicht, weil es eben nicht mit meinem Weltbild zusammenpasst. Und jetzt funktionieren halt leider auch die sozialen Netzwerke wie YouTube, Facebook, Twitter und so weiter so, dass sie diesen Confirmation Bias verstärken. Also man kennt diesen Begriff Filter-Bubble. Das, was ich anschaue, hat einen Einfluss darauf, was mir später vorgeschlagen wird an weiteren Videos. Und da trifft man dann sehr leicht in so eine Klimawandel-Leugner-Bubble ab. Man kriegt dann nur mehr solche Videos und das verstärkt dann das Weltbild dann immer mehr. Wie man jetzt erkennen kann, ob man es mit so einem Video zu tun hat, ganz schwierig, weil das sind ja natürlich, also kommt jetzt drauf an, es ist ja oft sehr gut gemacht. Was ich meistens mache, wenn ich so ein Video sehe, ich versuche die Fakten irgendwo zu checken und da gibt es eine ganz tolle Webseite, skepticalscience.com, wo man eigentlich diese ganzen Klimawandel-Leugner-Argumente sich in einer Liste anschauen kann und dann aber auch die Peer-Review-De Literatur, also die Fachliteratur und Forschungsliteratur zusammengefasst kriegt, die dann sagt, was wirklich Sache ist und was von dem Argument zu halten ist. Ja gut, also da muss man dann auch selbst so ein bisschen wachsam sein, würde ich jetzt mal auch daraus entnehmen eigentlich, dass man einfach immer vielleicht kritisch ist, dass man nicht alles, was einem serviert wird, einfach immer als gegeben nimmt, dass man da auch ein bisschen, ja, mal nachdenkt, sein Hirn anschaltet. Das darf man ja dann auch gerne, wenn man ein YouTube-Video guckt. Ja, ich glaube, gibt es noch eine Frage aus dem Chat, zumindest ich sehe, da glaube ich irgendetwas noch. Wir haben eine Frage noch aus dem Chat von dir und dann etwas unglücklich in Kürze, würde ich mal sagen. Wie gut kann man heutzutage denn schon klimafreundlich leben? Kann es sein, dass die Diskrepanz zwischen klimafreundlichem Verhalten und Bewusstsein so groß ist aufgrund der geringen Alternativen? Ja, ist trotz des Fragenwürdigen Kürzel eine berechtigte Frage. Ist natürlich nicht immer leicht. Man kann sich oft, also gerade wenn man die finanziellen Möglichkeiten nicht hat, kann man sich oft ja auch nicht aussuchen, welches Heizungssystem man zum Beispiel einbaut. Dann ist das halt vielleicht ist das halt alter Ölkessel oder so und man hat gar nicht die Möglichkeit irgendwie jetzt mit Erdwärme oder anderen Technologien jetzt sein Haus, seine Wohnung zu beheizen. Also der Handlungsspielraum ist natürlich nicht für alle gleich gegeben. Aber wenn es um Mobilität geht, ganz wichtiges Thema. Gut, in der Stadt kann man ja leicht reden, hier in Graz kommen wir wunderbar mit dem Fahrrad überall hin. Ja, aber wenn ich jetzt am Land lebe und mir vielleicht die Miete in Graz nicht leisten kann, dann müsste ich halt herpendeln. je nachdem, wo ich bin, kann ich das dann vielleicht mit dem Zug machen, aber vielleicht brauche ich dann auch wirklich ein Auto dafür. Und vielleicht kann ich mir jetzt dann nicht ein neues Hybrid-Auto oder emissionsarmes Auto leisten, sondern muss halt noch das 20 Jahre alte, so die 20 Jahre alte Schmutzschleuder fahren. Also man kann natürlich individuell schon gewisse Entscheidungen treffen, gerade im Bereich Ernährung geht es vielleicht ein bisschen leichter, wobei da auch wieder, ja natürlich, das ist ja ein sehr großes Thema, also ich weiß gar nicht, wer hätte da ausholen sollen. Es gibt gewisse Handlungsfreiheiten, aber natürlich gibt es auch die, ja die Rahmenbedingungen und die Einschränkungen, die uns das Umfeld oder der Kontext auferlegen. Ja, also genau, also ich würde dir auch recht geben, die Alternativen der Handlungsspielraum, man hat auf jeden Fall einen Handlungsspielraum, also mit der eigenen Mobilität, mit der eigenen Reiseaktivität, auch vor allem mit dem eigenen Essen, was ich, von was ich mich ernähre, also beispielsweise, ich habe ja ein bisschen darüber geredet, wenn ich mich noch von Fleisch oder tierischen Produkten ernähren will, ist Fisch zum Beispiel besser als Schwein und Co., solche Dinge, wer nochmal reinschauen will, ich glaube eher so die zwei. Also es gibt definitiv Möglichkeiten, die man da hat. Jetzt fragt der oder die Kunde nochmal weiter, Thema Faktencheck, sollten Plattformen sowas einführen oder hast du da oder jemand aus deinem Umkreis schon mal irgendwie zuforscht, bringt das was, diese Faktenchecks? Ich meine, Trump wird ja immer noch gewählt, Faktencheck gibt es glaube ich genug, die ihn widerlegen hier und da, aber ist ja dann auch frei, das zu glauben, den Faktencheck. Hast du da eine Einsicht? Es ist vielleicht ein Anfang, ja, natürlich, wenn die Positionen einmal sehr extrem und verfaden sind, dann wird der Faktencheck auch nichts mehr helfen. Es gibt aber gerade beim Thema Klimawandel sehr viele Leute, die jetzt vielleicht keine sehr starke Meinung dazu haben und die erreicht man natürlich mit Argumenten und die erreicht man auch mit Faktenchecks. Den Hardcore Klimawandel-Leugner, den erreicht man leider nicht mehr. Also da ist einfach der Confirmation Bias, das Misstrauen in die Mainstream-Quellen, das Misstrauen in die Wissenschaft schon so groß, dass es extrem schwierig wird, hier noch irgendwas zu bewirken. Was man aber machen kann, ist, dass man zumindest verhindert, dass diese Hardcore Klimawandel-Leugner auch noch andere auf ihre Seite ziehen und ich glaube, da kann der Faktencheck helfen, aber es ist wieder so, dass ich es glaube und es noch nicht empirisch belegen kann, weil ich dazu keine Studie gemacht habe. So, ansonsten sehe ich im Chat gerade keine weitere Frage mehr. Ich selber hatte mich gefragt, vielleicht als abschließende Frage auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, aber ich möchte sie einfach nochmal stellen, die Erkenntnisse, die du uns jetzt quasi mitgeteilt hast, also quasi unsere menschliche Unfähigkeit möchte ich nicht sagen, aber dieses menschliche Problem mit dem Erfassen der Problematik und dem Umstellen des eigenen Handels, das auch jeder von sich selber kennt. Ich habe für mich mal früher gedacht, okay, wenn es mir schwerfällt, beim Händewaschen den Wasserhahn zwischendurch auszumachen, wenn ich schon drüber nachdenke, der auch quasi Klimawandel einigermaßen zumindest überblickt und trotzdem manchmal denke ich, hätte ich auch gleich ausmachen können, wenn ich bei solchen einfachen Dingen schon mal spreche, spricht es dann dafür aus deiner Sicht, dass dann eher politische Leitung oder Steuerung oder andere Mechanismen greifen müssen, um uns zum Beispiel dahin zu bringen, dass wir unser Klima wirkungsvoller schützen können, also Beispiel ein Price-Tech für CO2, was auch immer, was ist da deine Meinung wahrscheinlich eher? Ja, das ist dieses Wechselspiel zwischen Politik und Gesellschaft Bürgerinnen und Bürgern. Die Bürgerinnen und Bürger wählen die Politik und die Politik sollte dann Top-Down-Entscheidungen treffen und die müssen dann aber auch akzeptiert werden und das ist halt oft so ein etwas kompliziertes Wechselspiel. Es ist aber durchaus so, dass unsere Entscheidungen ja jetzt nicht auf einer grünen Wiese stattfinden, sondern sehr stark von den Kontextfaktoren abhängen und um klimafreundliche Entscheidungen treffen zu können, braucht es halt dann auch die Möglichkeit und braucht es auch den Kontext. Also ja, ich bin absolut dafür, dass es CO2 Price-Tax gibt. Ich wäre absolut dafür, dass es Kostenwahrheit gibt beim Fliegen, also dass wirklich langzeitige, langfristige Klimafolgen mit eingepreist werden, denn das passiert ja momentan nicht. Auch wenn wir jetzt von Energie reden, also von Kohlekraftwerken, da sind ja die Umweltauswirkungen nicht wirklich eingepreist. die werden dann eher der Allgemeinheit aufgehalst. Übrigens auch bei der Kernkraft. Also Kernkraft ist sie deshalb so billig, weil eben nicht mit eingepreist ist, dass da die Abfälle dann jahrhundertlang sicher gelagert werden müssen. Sondern das ist dann ein Problem für Folgegenerationen. Und da sehe ich schon die Politik in der Pflicht, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dafür, dass wir uns als Konsumentinnen und Konsumenten, Bürgerinnen und Bürger auch entsprechend klimafreundlich entscheiden können. Denn wie gesagt, das geht einfach nicht immer, weil es in vielen Bereichen sehr viele Einschränkungen gibt. Wunderbar. Vielen Dank für deine persönliche Einschätzung noch mal dazu. Ich bedanke mich auch bei Melissa und Rebecca. Danke, dass ihr da wart und uns unterstützt habt. Auch vielen Dank und schönen Abend an die ganzen österreichischen Freunde und Freundinnen, die heute zugeschaut haben. Ich hoffe, du hast sehr viel Werbung gemacht. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.